Jedes Spiel, was ich spiele und was die Leute in der Kabine spielen, wollen wir gewinnen. So gehen wir auch raus. Natürlich gewinnt man nicht jedes Spiel beim Basketball, aber nichtsdestotrotz wollen wir alles geben. Es ist eine riesen Ehre bei der Weltmeisterschaft zu spielen, deswegen müssen wir uns auch dementsprechend anstrengen. Ich glaube, wenn wir da als Team vorangehen und 110 Prozent geben, dann können wir gut sein. Ich meine, wie gesagt, wir wollen natürlich das ganz große Ziel. Ich meine, wenn du WM antrittst, willst du natürlich das meiste rausholen und im Endeffekt müssen wir aber von Spiel zu Spiel denken. Wir haben eine starke Gruppe, aber wir haben auch eine starke Mannschaft, deswegen Spiel zu Spiel und versuchen jedes Spiel zu gewinnen und dann schauen, was das Resultat dann ist. Ich würde sagen, das ist mein bestes Erfahrung mit einem Gruppe der Spieler, das ich als Coach hatte. Es hat sich sehr gut gemacht. Ein guter Gruppe der Spieler, und für mich ist es nicht ein Job, sondern es ist eine Passion, mit diesen Leuten, und es ist ein Genauso, mit ihnen mit ihnen.